So Leute, Tag 4 ist angebrochen, wir machen uns jetzt erst mal Frühstück, danach gibt es einen leckeren Kopf und was erlebe ich schon wieder? Einen hysterischen Paolo. Mann, mein Nagile im T-Shirt ist eingegangen, so eine Scheiße. Oh fuck, nein. Hey Leute, was geht ab? Nächster Tag spricht an, wir sind aufgestanden, relativ spät, Wohnung aufgeräumt, war viel viel Arbeit. Nach dem gestrigen Stress mit dem Livestream-Problem, heute früh mein schönes Nagel-Lamb-Polo, was eingegangen ist. Ich habe eine M und zwei Ls, mal ausgerechnet die M, die geht ein, scheißegal. Der Jung gönnt sich jetzt richtig schön Minecraft, der ist da richtig gigantisch drauf hängen geblieben, so muss das sein. Gestern geholt, heute durchgezockt und jetzt baue ich mir ein schönes Köpfchen mit den Jungen zusammen. So meine Leute, Peaches & Cream PX1, die rauchen gemeinsam, unser Meister spielt noch, ich bin gerade am schneiden. Das Video, was ihr quasi gestern gesehen habt, bin ich heute am schneiden. Ja, mal gucken, wie es wird. Also wie gesagt, das erste Mal, dass ich das mache. Aber jetzt erstmal gönnen. Hey Leute, wir haben uns dafür jetzt entschieden, nochmal loszufahren, was futtern zu gehen. Denn ihr wollt unbedingt in jener Zuflitz-Mitte, das ist eigentlich ein bisschen Schleifwerbung, ne? Aber scheißegal, ja, es ist halt ein kleiner Imbisshof, wo man lecker Kröhrwürste bekommt. Jetzt noch ein bisschen futtern gehen und dann nochmal zu Saturn wieder was kaufen müssen. Weil wir gestern mega Rauschen im Ton hatten. Wir sehen uns gleich, es wird richtig lecker. Wir sind da, Fritz-Mitte, einfach eine mega lange Schlange. Aber was soll's, für was Gutes muss man was Gutes tun. Ja doch. Halbe Stunde warten, wir haben es geschafft, jetzt geht's endlich. Der ist nicht mehr viel besser als meine. Ah, ah. Oh, ist so lecker. Und die Schlange dahinter ist nicht kürzer geworden. Einfach total brutal. Jetzt lecker essen, dann lecker Cocktail trinken und dann lecker Kopf mit euch gemeinsam. Pst. Mhh. Boah. Viel Spaß. Du hast dich das gute Postwasser genommen. Leute, was geht ab? Wir chillen jetzt abends gemeinsam, sind heute doch Onlinegang im Livestream, ist mega amüsant, es läuft heute richtig gut, wir haben nebenbei Minecraft angemacht, der Denny ist hier schön am zucken, fett konzentriert, gehören uns jetzt ein paar richtig leckere Köpfe mit, viele Leute im Livestream gemeinsam, wie spät ist es eigentlich? Viertel vier, viertel vier, mega cool, es sind noch 14 Leute dabei, ich freue mich riesig, war auf jeden Fall ein gelungenes Wochenende, ein gelungener Tag und ich hoffe euch hat das Video gefallen, ich wünsche euch alles Gute, Liebe Grüße geht raus an die Leute von Twitch, die dabei sind mit uns und wir sehen uns bald wieder, euer Paolo Nagazzi, euer Tobias, euer Piz, euer Tochter, Nenny und Benni, Danke dass du da warst, das Wochenende und natürlich ein riesen Dank an Piz, unser Kalinkopf-Vorheids-Puzzle, waaaaat! Halt schon wieder! Halt schon wieder! Halt! Dein Achterung ist wieder in die Schütterung! Paolo, ganz normal! Halt schon wieder!